Taschenlampen sind wie Messer. Sie sollten immer dabei sein. Also EDC Everyday Carry. Das ist aber manchmal gar nicht so einfach. Warum? Weil sie groß sind und sperrig und wer hat das wirklich immer dabei? Das hier, das ist die Fenix E01, eine Schlüsselbundtaschenlampe, die mit einer AAA-Batterie betrieben wird und trotz alledem fette 100 Lumen auf die Waage, nein nicht auf die Waage, auf das Luxmeter bekommt. Wenn du wissen willst, was ich kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Schawabi-Schuppio-Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Lampen gehören irgendwie dazu, wirklich, ernsthaft. Ich komme dann auch noch dazu, aber schauen wir uns zuerst einmal diese Lampe hier genauer an. 13 Gramm, das ist nicht viel, gell? Also 13 Gramm hat dieses Teil hier aus Aluminium gefertigt. Und, und das finde ich sehr praktisch, ist mit einer AAA-Batterie zu betreiben. Das bedeutet, das ist etwas, was es rund um die Welt gibt, was man immer wieder mal finden kann und was es natürlich auch in jeder Fernbedienung gibt. Oder in jeder zweiten Fernbedienung gibt. Also es ist schon einmal in Ordnung. Wasserdicht verpackt, mit einem O-Ring da, also es ist alles in Ordnung. Ich zeige dir dann auch nachher noch draußen im Dunkeln die Leuchtkraft, aber der höchste Modus, das sind 100 Lumen. Und 100 Lumen, das mag jetzt der eine oder die andere sagen, ne, 100 Lumen. 100 Lumen. Klar, ich habe jetzt zum Beispiel hier, das ist meine EDC-Lampe, die LD15, auch von unserer guten Phoenix-Fabrik. Oben beim i klicken oder unten, das ist billige Eigenwerbung, ich gebe natürlich einen Link in meinen Shop, gibt es beide. Das Teil ist super, das Teil ist wirklich genial. Hat jetzt keine Batterie, sondern ist wieder ladbar. Aber es ist halt schon so, es hat ein gewisses Gewicht einfach. Und die Idee bei dieser kleinen Lampe hier, obwohl sie nur 100 Lumen hat, ist, dass du die zum Beispiel am Schlüsselbund hast. Oder in einem Überlebens-Kit. Oder im Hosensack. Und das passt auch in jedes Sack oder sonst irgendwo rein, weil es einfach so gering ist. Und 100 Lumen reichen zum Beispiel im Falle eines Stromausfalls, wenn du dich in einem Bereich befindest, wo es automatisch dunkel wird. Das ist das eine. Und das andere auch in den alltäglichen Situationen, wenn man in die Hund gassig geht oder wenn man, ich weiß, jetzt wo ihr das Video macht, jetzt haben wir Mai und da wird es jetzt länger hell, aber es kommt auch wieder mal die dunkle Zeit. Das heißt, wenn man in der Früh aufsteht, ist es dunkel und man muss zum Auto oder zur Straßenbahn oder sonst wo hin. Und beim Heimgehen ist es genauso, wie das eine Lampe macht. Ganz einfach Sinn. Oder wenn man was verloren hat. Oder wenn man einfach nur schauen will, was da hinten im Hals los ist, wenn man ein bisschen Halsweh hat. Also lange Rede, kurzer Sinn, eine Lampe gehört ganz einfach mit dazu. Und die 100 Lumen, der Hersteller gibt an, dass es 50 Minuten lang 100 Lumen gibt. Es gibt dann auch noch längere Sparmodis, die da gehalten. Die Frage ist wirklich, was ist das Einsatzgebiet? Das ist jetzt nichts, wo ich sage, ich habe das bei mir zum Beispiel. Ich habe hier unterschiedlichste Lampen, die tatsächlich für einen Stromausfall, den ich, weil mich da auch immer wieder die Leute fragen, den ich für nicht, es wird sicher kommen und wir werden alle stirben, sondern ich halte das für sehr gut möglich, dass es so etwas gibt, weil elektrische Energie, das ist unsere Droge. Wirklich, das ist unsere Droge. Und auch unsere größte Achillesferse. Also das ist durchaus möglich. Aber der Punkt dabei ist, das hier kann ich immer dabei haben. Das ist nichts für daheim, für die Krisenvorbereitung, sondern das ist wirklich EDC, das ist Everyday Carry. Taugt mir irrsinnig. Also daher die Idee dahinter. Aber, bevor ich jetzt noch 20 Minuten über Blackout und EDC und warum und wieso, Quatsch, würde ich sagen, wir probieren es mal aus, das kleine Ding. Na gut, dann schauen wir gleich einmal rein. Der kleinste Modus, das sind 5 Lumen oder so, weiß ich nicht, 30 Stunden halten, so ungefähr. Schaut das in meinen Shop an, es gibt da den Link, dort sind die Daten dabei. Oder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, das ist gar nicht der Punkt. Das ist ausreichend, um den Nahbereich auszuleuchten. Das ist einmal Modus 1. Dann gibt es, also da brauche ich dir die Distanz jetzt gar nichts zeigen, da tut sich gar nichts. Dann zweimal hin und her schalten. Das ist jetzt der 25er Modus. Und da siehst du, da sieht man schon einmal ein bisschen mehr. Hier hinten, da liegt noch das Polzteil heraußen für so ein Sitzchen, was wir haben. So eine Hollywood-Schaukel oder wie auch immer das heißt, für die Kinder zum Spielen. Also das leuchtet raus. Also da kann man schon in die Distanz ein bisschen leuchten. Das macht schon, das ist schon in Ordnung. Das passt einmal ganz gut. So, und jetzt schalten wir wieder aus. Und jetzt müssen wir einmal, also einmal, zweimal und dreimal. Und das ist jetzt der 100-Lumen-Bereich. Und ja, mir ist schon klar, wenn ich da jetzt was anderes einschalte, leuchtet das, wenn du meine Videos kennst, bis zum Baum oder bis ganz rauf oder so. So, ja, hier, also, ist mir schon klar. Aber für, ich glaube, eine Stunde war es jetzt, oder 50 Minuten Leuchtdauer, ist das durchaus in Ordnung. Also da kann man schon ganz gut, da kann man schon ganz gut was anfangen damit. Also ich halte das jetzt wirklich für gut, ja. Wenn wir da jetzt in den Nahbereich reingehen, das ist wirklich gut. Ja, also ich finde das durchaus in Ordnung für ein Everyday Carry, ein EDC ganz einfach. Wenn man mal kurz was runtergefallen ist und muss es suchen oder ich finde das Schlüssel auch nicht oder ich muss den Weg ganz kurz ausleuchten, also für das ist es absolut in Ordnung. Oder eben im Falle eines Stromausfalls, damit ich kurzfristig überbrücken kann. Für langfristig ist das natürlich nichts. Und, das ist gleich der nächste Punkt, auch für Wanderungen oder für Campingurlaub oder sonstige Dinge oder Buschkraftareal hier auf Aldo-Lab.at zum Beispiel, da ist das ganz einfach unterdimensioniert. Klar, du kannst es am Schlüsselbund trotzdem dabei haben, im Rucksack oder in der Tasche, weil du dann noch einmal eine Lichtquelle hast. Aber da muss ich halt schon sagen, dass die 100 Lumen durchaus in Ordnung sind, das ist absolut ausreichend. Aber eben nur, ich habe jetzt noch einmal nachgeschaut, es sind 50 Minuten, die der Hersteller angibt. Und auch nur dann, wenn die Batterie komplett voll ist. Das heißt, du darfst die nicht vorher benutzt haben. Wenn also die Batterie schon immer wieder mal ein bisschen benutzt wurde, benutzt wurde, sagen wir halb leer ist, dann sind es nur 25 Minuten. Und das ist zum Beispiel bei einer Wanderung, wo ich sage, okay, ich habe mich verirrt oder wir haben uns verirrt, sagen wir das mal, und müssen jetzt den Weg zurückfinden und gehen jetzt im halbdunkeln oder dunkeln noch zurück. Da ist das einfach zu wenig. Das hat meiner Meinung nach keinen Sinn. Da geht man in solche Richtungen zum Beispiel, also zum Wandern, wenn jetzt, wie gesagt, ich möchte vorbereitet sein, dann vielleicht so etwas hier. Übrigens, das ist alles billige Eigenwerbung, jedes Video von mir, oder? Das gibt es auch, das ist die Nightcore, die ich hundertprozentig empfehlen kann. Die ist auch etwas für Krisenvorbereitung, weil sie Dual Power hat. Das heißt, du kannst Batterien, auch AAA-Batterien und den Akku damit laden. Also das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Oder, ja, du gehst halt, ja, wo habe ich es denn, auf eine, ja, da, nein, ich finde es jetzt gar nicht, auf eine größere Lampe, die ganz einfach mehr an Möglichkeiten hat. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Everyday Carry EDC, da ist die super am Schlüsselbund mit dabei. Als Standalone-Lösung ist die natürlich massiv unterdimensioniert, das muss da klar sein. Geh da auf was anderes, ich gebe da unten den Link. Eine Sache noch, weil auch immer wieder Fragen sind, Rainer, ich habe das Einsatzgebiet, welche Lampe würdest du mir empfehlen, oder würdest du mir diese Tasche da empfehlen, oder sonst was. Da haben wir sehr viele Interessenten, die mir immer wieder E-Mails schreiben, und wir haben die immer eins zu eins beantwortet und eine E-Mail einer Person zurückgeschickt. Und wir haben jetzt einen neuen YouTube-Kanal gemacht, den kennst du vielleicht noch nicht. Gebe da oben beim i den Link, oder unten im Beschreibungstext, der heißt, Rainer Rossmann Kaufberatung. Da beantworte ich Fragen, die du mir da stellen kannst, in einem Video, damit einfach alle was davon haben, schau auch dort einmal vorbei. Gut, Daumen nach oben oder nach unten, schreib mir einen Kommentar, Link zu all den Produkten hier, findest du natürlich auch, Abo dalassen, da geht es direkt zu dieser Fenix E1 in meinen Shop. Ein paar andere Videos zum Anschauen, deiner Rainer Rossmann, bis bald und ciao, ciao.